Grüß euch! Nachdem schon so viele Tanzleiterinnen etwas beitragen haben zu dieser schrecklichen Situation, in der wir sind, möchte ich auch etwas beitragen. Wir werden einen Blog-Tanz machen, einen bayerischen. Und wie wir wissen, ist ja Tanzen Balsam für Körper, Geist und Seele. Und ich hoffe, er hilft euch, dass die Zeit ein bisschen kurzweiliger wird. Ein bayerischer. Wir machen vorher die Schritte zum bayerischen. Und zwar beginnen wir alle mit dem rechten Fuß. Es geht los, wir stellen rechts die Ferse auf, die Spitze und wir haben ein Side-on-Side, Side-Wechsel-Schritt. Jetzt haben wir die linke Ferse, linker Fuß frei. Ferse, Spitze, Side-on-Side. Jetzt kommt eine Pivot-Drehung. Wir machen mit dem rechten Fuß einen Schritt, drehen über beide Ballen und haben einen Wechsel-Schritt. Noch einmal die Pivot-Schritt und drehen, Wechsel-Schritt. Dann wird das mit Ferse, Spitze wiederholt. Die Ferse, die Spitze, ein Side-Wechsel-Schritt. Die linke Ferse, die Spitze, ein Side-Wechsel-Schritt. Jetzt haben wir einen Wechsel-Schritt, schräg rechts nach vorn, schräg links nach vorn. Wir gehen zwei Schritte zurück und mit zwei Schritten drehen wir eine Viertel-Drehung. Jetzt mache ich zwei Durchgänge. Ich beginne jetzt mit dem ersten Durchgang. Es ist die Ferse, Spitze, Side-on-Side, Ferse, Spitze, Side. Jetzt kommt die Pivot-Drehung. Schritt, linksdrehung, Wechsel-Schritt, Schritt, eine Rechtsdrehung, Wechsel-Schritt. Die Ferse, Spitze wird wiederholt. Schritt, jetzt schräg nach rechts, schräg nach links, zwei Schritte rück, Viertel-Drehung. Zweiter Durchgang, Ferse, Spitze, Side-on-Side, Ferse, Spitze, die Drehung. Rechter Fuß und drehen, Wechsel-Schritt, links und drehen, Wechsel-Schritt. Ferse, Spitze wird wiederholt. Schritt, schräg nach rechts, schräg nach links, rück, rück und rechts drehen und der rechte Fuß ist wieder frei. Wir fangen einmal mit einem langsamen Vorrischen an. Schritt, schräg nach rechts, trickze kurze. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt es gesehen, Platz ist auch in der kleinsten Hütte. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Ich wünsche uns, dass wir uns alle wiedersehen. Und wenn ihr das nachtanzt, viel Spaß dabei. Danke.